Moin moin meine Freunde, ich wünsche euch allen wie immer einen wunderschönen guten Tag und freue mich natürlich, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Heute geht es um Elden Ring in Zusammenhang mit den Game Awards und dem nächsten Elden Ring Trailer. Wie ihr jetzt gerade im Hintergrund seht, haben wir hier live am 9. Dezember die Game Awards. Das ist für uns nächste Woche Donnerstag, wohl findet es statt in Los Angeles und deswegen ist es bei uns nächste Woche Freitag. Aber dazu komme ich gleich. Erstmal, warum sollte es einen Elden Ring Trailer geben? Wurde er angekündigt? Nein, wurde er nicht. Gab es ein Leak? Nein. Gab es ein Gerücht? Nein. Gab es alles nicht. Es ist einfach logisches Denken und ein bisschen meiner Meinung nach. Das bedeutet, warum sollte ein Trailer erscheinen von Elden Ring wieder bei den Game Awards? Ganz einfach. Fangen wir ganz am Anfang an. 2019. Da ist ein Elden Ring Trailer erschienen. Erinnert ihr euch an den? Ja, ich denke schon. Die meisten von euch, die dieses Video gucken. Erinnern sich andere Leute an den? Oder erinnert ihr euch an ein anderes Spiel? Wahrscheinlich eher weniger. Besonders nicht an alle anderen Spiele. Ist halt einfach nicht möglich. Und man erinnert sich halt an das, was man sich am meisten interessiert. Für Leute, die sich also bisher noch nicht so viel mit Elden Ring beschäftigt haben oder sich einfach noch nicht so viel dafür interessieren, ist der Trailer schon mal irrelevant. Dann gab es 2021 noch einen Trailer. Und das ist sozusagen unser erster Trailer. Und da wurde vielen Leuten dieses Spiel nochmal neu gezeigt. Und ja, sie haben jetzt so auf dem Schirm, dass es kommt. Jetzt wird Elden Ring verschoben. Ja, das heißt, man muss auf jeden Fall allen Leuten das neue Datum halt wahrmachen. Ja, viele haben es schon mitbekommen. Aber trotzdem, ihr wisst, denke ich mal, was ich meine, ja. Also, nicht jeder bekommt es mit. Und nicht jeder interessiert sich automatisch so für Gaming wie alle anderen. Und nicht jeder bekommt alles zu einem Spiel mit. Ja, manche interessieren sich halt eben mehr für, weiß ich nicht, andere Spiele. Ganz einfach. Und dementsprechend braucht man noch einen Trailer, jetzt kurz vor Release, der einem nochmal zeigt, yo, du brauchst dieses Spiel, du brauchst Elden Ring. Und an alle, die jetzt sagen, im November haben wir doch was bekommen. Ist richtig. Im November haben wir den Closed Network Test bekommen. Wir durften das Spiel selber spielen. Überall ist Videomaterial auf YouTube. Überall sind, wir haben 20 Minuten Gameplay auch so bekommen, ja. Aber ihr müsst trotzdem wissen, dass das alles noch für Leute sind, die sich schon für dieses Spiel interessieren. Man muss aktiv danach suchen, ja. Man braucht Elden Ring. Klar, es wird Leuten vorgeschlagen. Aber trotzdem, wenn du dir eine, ja, eine große Schau anguckst, wo vielleicht auch Zelda vorkommt, wo God of War kommen könnte, alles Spiele, riesige Spiele, Marken, wo Trailer vorkommen könnten, ja. Ähm, gut, Zelda wahrscheinlich eher unwahrscheinlich, wegen Nintendo und so. Aber darauf ist es jetzt, das ist jetzt nicht wichtig, ja. Aber ich denke mal, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte, ja. Man muss nochmal ganz vielen Leuten dieses Spiel zeigen. Bananamco hat gesagt, dass sie erwarten, dass sie das Spiel im ersten Monat 4 Millionen Mal verkaufen. Dark Souls 3 hat sich damals 3 Millionen Mal verkauft. Und ich denke mal, 4 Millionen Mal ist schon eine, ja, valide Leistung, ja. Und auch realistisch möglich. Aber dafür braucht man Marketing. Man kann nicht einfach Leuten sagen, ja, ihr müsst das Spiel kaufen, ohne irgendwas zu zeigen. Und dementsprechend braucht man noch einen Trailer. Man braucht noch was, was Leute darauf wieder aufmerksam macht, dass man Elden Ring, ja, kaufen sollte. Und das wird wahrscheinlich jetzt hier kommen. Und dann nochmal kurz vor Release bekommen wir noch was. Das ist normalerweise so die Vorgängsweise. In Sekiro war es auch genauso. Da hatten wir auch, glaube ich, 3 Trailer. Der erste Trailer, ganz am Anfang, ja, der das ankündigt auf der E3. Dann hatten wir noch irgendwann zwischendurch noch einen Trailer. Und als drittes nochmal einen Release-Trailer. Mindestens 3 waren es. Das habe ich auf jeden Fall in Erinnerung. Vielleicht waren es sogar 4. Weil ich glaube, es gab ja sogar noch einen Story-Trailer. Weiß ich jetzt aber gerade nicht hundertprozentig auswendig. Jetzt als Beispiel halt für das letzte Spiel. Und für Elden Ring haben wir halt erst zwei. Und das passt einfach nicht. Wir brauchen noch einen Trailer. Ganz einfach, ich denke, ihr habt es alle verstanden. Wir werden höchstwahrscheinlich 2021 jetzt den nächsten Trailer bekommen. Und zwar am 9. Dezember. Bei den Game Awards. Jetzt interessiert wahrscheinlich die meisten, Jo, ich will das gucken. Ich will Elden Ring Trailer sehen. Live. Mit anderen Leuten, mit mir. Ich werde es natürlich streamen. Oder wie auch immer. Wann findet das statt? Ganz einfach. Wir gehen auf Watch. Hier haben wir eine Uhrzeit. Blabla. Will ich jetzt alles nicht durchgehen. Tada. Das ist am 2. Um 2 Uhr. Wait, ich bin gerade ein bisschen verwirrt. 2 Uhr Wednesday? Ah, ich bin durcheinander gekommen mit den Dings. Das ist nicht am Donnerstag. Sorry, es ist am Dienstag. My bad. Es findet am Dienstag statt bei uns in Deutschland, aber am Mittwoch. Bin durcheinander gekommen. Also, es findet am Dienstag statt in Amerika um 8 Uhr abends. Und dementsprechend findet es bei uns um 2 Uhr morgens am Mittwoch statt, am 10. Ja. Ist, glaube ich, alles richtig, ne? Ich bin, habe ich falsch geguckt? Echt? So stark? Sekunde. Dezember. Irgendwas stimmt nicht. Wait. Sekunde. Ich kann mal meine Kamera wegschieben. Jetzt könnt ihr mal kurz mit mir gucken. Ich bin gerade verwirrt. Irgendwas stimmt nämlich nicht. Der neunte ist auf jeden Fall ein Donnerstag. Das war schon richtig. Warum ist 8pm ET 2 Uhr am... Ah, ich bin behindert. Natürlich, ich habe mir das Datum nicht hingeschrieben. Heute ist Dienstag. Ich habe mich selbst getrollt. Okay. Alles richtig. Ich habe nichts falsch. Alles ist richtig. Die Uhr, das hier ist ja absolut nicht relevant. Sorry. Also, alles richtig. Freitag, 2 Uhr morgens. Von mir aus auch Donnerstag Nacht oder Freitagmorgen. Wie ihr es möchtet. 2 Uhr morgens. Ich werde es natürlich streamen. Ich werde es mir anschauen. Ob es kommt, ob ein Elden Ring Trailer kommt oder nicht. Aber es werden ganz viele coole neue Spiele vorgestellt. Das ist normalerweise bei den Game Awards so. Und noch ein wichtiges Argument. Wenn ihr jetzt noch bis hierhin durchgehalten habt, dann bekommt ihr es auch noch mit. Und Joff Kaley hält auch noch die Game Awards. Wer ist Joff Kaley? Er ist dieselbe Person, die uns 2021 jetzt im Juni den ersten Elden Ring Trailer präsentiert hat. Oder den zweiten, wie man es möchte. Also, das erste Mal, dass Elden Ring wieder aufgetaucht ist. Und er hat extrem viel Hype mit aufgebaut. Und es kann nämlich ziemlich gut sein, dass Mananamco weiterhin zusammen mit ihm das Marketing für Elden Ring macht. Sozusagen. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass er irgendwie da zusammenarbeitet. Blablabla. Aber es kann sein, dass einfach auf seinem Event. Ja. Elden Ring einfach wieder auftaucht. Und Elden Ring war schon letztes Jahr. Hat dort Most Anticipated Game gewonnen. Ja. Deswegen will ich hier nochmal auf dieses Voting gehen. Und zwar könnt ihr. Warte mal. Danke Windows. So. Und zwar könnt ihr hier für Game of the Year voten und bla 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 bla. Ich habe hier alles schon durchgevotet. Auf einem anderen Account, wie es aussieht. Also kann ich nochmal voten. Aber bei Most Anticipated Game können wir ja kurz gucken. Bei View Categories. Da. Tada. Elden Ring. God of War. Horizon Forbidden West. Das auch übrigens im Februar rauskommt. Ähm. Dann das Sequels zu Zelda Breath of the Wild. Und Starfield. Also. Ja. Voted nochmal für Elden Ring. Auf. Dass wir noch einen Elden Ring Trailer bekommen. Und Elden Ring noch ein Game Award gewinnt. Weil. Ähm. Elden Ring hat ja schon letztes Mal gewonnen. Aber wir haben sogar noch mehr. Einfach. Habe ich es schon geschlossen? Ich habe es. Ich habe es geschlossen. Ich glaube es mir selbst nicht. Hat es doch rausgesucht. Auf jeden Fall. Elden Ring hatte eine Menge, Menge Awards schon gewonnen. Ähm. Gewonnen. Ich suche es kurz nochmal raus. Es geht ganz schnell. Ähm. Ich muss ja nur in meinen Verlauf kurz rein. Äh. Hier. Ja. Habe es gefunden. Also. Wir haben einmal gewonnen. Most Anticipated Game 2020. Best Action Adventure Game. Best RPG. Best Sony Playstation Game. Und Best of Gamescom. Alles bei der Gamescom 2021. Und Most Wanted Game. Jetzt erst vor. Ein paar Wochen. Bei den Golden Joystick. Ja. Den Golden Joystick 2021. Dementsprechend. Wir haben ganz viele Awards. Elden Ring. Geht voten. Wartet auf den Trailer. Kommt am besten im Stream rein. Ihr wisst Bescheid. So läuft das normalerweise. Ähm. Ja. Sonst würde ich euch allen sagen. Ähm. Das war es. Dieses Mal. Wir werden sehr wahrscheinlich am 9. Dezember. Einen neuen Trailer zu Elden Ring bekommen. Ich gehe sehr stark davon aus. Und äh. Ich werde euch natürlich nochmal kurz davor erinnern. Und vielleicht bekommen wir ja sogar von Bananamco was. Auf Twitter oder so. Wo die sagen. Schaltet ein. Bei den Game Awards 2021. Oder sowas. Das kann schon gut sein. Dass sowas passiert. Und wenn sowas passiert. Halte ich euch natürlich auf dem Laufenden. Und deswegen. Wenn ihr noch nicht abonniert habt. Lasst doch gerne ein Abo da. Und sonst. Haut rein. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.